Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushaltsplan für Verkehr und digitale Infrastruktur hat noch nie so viel Freude gemacht, den zu diskutieren. Wir haben schon ganz andere Zeiten gehabt, wo wir wirklich kürzen mussten, wo wir Wünsche, die wir uns selbst vorstellen konnten, zurückstellen mussten. Und das war dieses Mal ganz anders. Und dafür ein herzliches Dank für den Entwurf und auch für die Arbeit der Haushälter in Zusammenarbeit mit den Verkehrspolitikern, was da jetzt mal rausgekommen ist. Der Begriff Investitionshochlauf, den ich früher nie benutzt habe, je mehr er die Grünen ärgert, umso mehr habe ich Freude daran, ihn auch mal zu benutzen. Und wir haben hier jetzt fast einen Investitionsanteil von 60 Prozent bei diesem Haushalt. Und das ist gut. Das ist eine gute Grundlage für unsere Arbeit und auch für die Zukunft hier in Deutschland, was die Verkehrspolitik angeht. Ich möchte gern auch noch herausstreichen, die Verkehrssicherheit. Die Kollegin von der SPD, Frau Gömpel, hatte das schon erwähnt. Wir haben hier einen Aufwuchs der Mittel. Wir haben weiterhin unsere großen Verkehrssicherheitsorganisationen wie die Deutsche Verkehrswacht mit 3,75 Millionen und auch den DVR, den Deutschen Verkehrssicherheitsrat mit 3,25 Millionen bedacht, damit sie ihre gute Arbeit, die sie bisher geleistet haben, auch fortsetzen können. Und darüber hinaus müssen wir natürlich auch Kampagnen fahren, um die Aufklärungsarbeit zu verstärken. Und das ist angesiedelt beim Ministerium. Und denn wir merken, es wird immer schwieriger, die Unfallzahlen als auch die tödlich Verunglückten effektiv zu reduzieren. Denn wir haben viele kleine Maßnahmen, sei es Tag verlegt, sei es Fahren mit 17, die etwas gebracht haben. Aber es sind nicht mehr die großen Zahlen. Und deswegen wird es politisch auch immer schwieriger, Unterstützung für kleine Maßnahmen zu finden, weil es nicht so richtig messbar ist. Und wir haben ein Problem bei der Handynutzung, bei dem Abgelenktsein in Fahrzeugen. Da müssen wir was machen und wir müssen aufklären. Und es ist auch schwierig, es zu kontrollieren. Das wissen wir auch. Deswegen ist das Geld 1,1 Millionen Euro mehr hier für diese intensive Aufklärungsarbeit gut entschieden worden. Meine Damen und Herren, ich möchte entsprechen auch noch über etwas anderes. Nicht nur über Modernität, nicht nur über Mobilität. Der Minister sagt gerne, digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, automatisiertes Fahren, das sind die Themen der Zukunft. Und nicht, lieber Michael Grosse-Brömer, der automatisierte PGF. Ja, damit das ganz klar ist, wir lassen das so, wie das ist. Ja? Gut. Also, ich spreche hier von Modernität und Mobilität. Das kann man auch mit einem ganz anderen Schlagwort verbinden, nämlich Radverkehr. Angesichts des immer weiter wachsenden Verkehrsaufkommen in unseren Ballungsräumen – und das sind die großen Ballungsräume in Deutschland – müssen wir hier neue Akzente setzen. Was nützt es, wenn wir mit dem Auto nicht mehr zur Arbeit kommen, wenn die ÖPNV-Systeme den Verkehr nicht mehr bewältigen können? Wir brauchen eine zusätzliche Mobilität, die wir intelligent regeln müssen. Und die Kommunen sind noch nicht so weit, dass sie das mit vollem Herzen auch machen. Und deswegen ist der RS1, der Radschnellweg im Ruhrgebiet, ein gutes Beispiel, wie solche Mobilität zukünftig auch gestaltet werden kann. Und das machen wir jetzt. Und ich bin dankbar, dass im Bundesverkehrswegeplan Minister Alexander Dobritt Radschnellwege mit aufgenommen hat. Und das macht richtig Spaß, das jetzt zu fördern. Und endlich mal, endlich mal ein Thema, wo Sie mitmachen können. Und das machen wir auch. Machen wir auch. Machen wir alles. Das ist jetzt eine Richtungsentscheidung, Herr Kollege Kömpel. Und es nützt nichts. Sie sind immer dafür für Elektromobilität. Sie sind für mehr Bahnverkehr. Aber wenn es konkret wäre, dann sind Sie natürlich gegen Fehmarnwelt. Wenn ich also Elektromobilität auf der Schiene habe, dann sagen Sie, das muss nicht sein. Wenn der Norden zusammenwachsen soll, dann sagen Sie, da ist das nicht notwendig. Das stimmt nicht, was Sie uns hier immer erzählen wollen. Wie läuft es denn konkret? Wenn Sie heute auf der Autobahn fahren zur Arbeit, dann sind Sie auch nur fünf bis zehn Kilometer unterwegs. Das ist eher Nahverkehr als Fernverkehr. Und deswegen sagen wir natürlich von der Radverkehrspolitik, Radwege fünf bis 15 Kilometer mit E-Antrieb unterstützt sind auch in dem Sinne gut zu nutzen. Und deswegen ist es ein gutes Ziel, dass der Bund sich an dieser Finanzierung beteiligt, damit wir in diesem Bereich vorankommen. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Wir müssen da jetzt mit anfangen. In Kopenhagen haben Sie auch 40 Jahre gebraucht, um Kopenhagen zur Fahrradstadt zu machen. Und der Johnson in London, der hat uns auch viel erzählt, was er machen will. Nichts hat er gemacht. Er hat große Artikel gehabt. Und deswegen bin ich dankbar, dass dieser Minister unter Unterstützung der Großen Koalition hier neue Akzente setzt. Ein guter Anfang. Und ich freue mich auf die weitere Debatte. Die Kollegin Kirsten Lühmann spricht jetzt für die SPD. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.